Willkommen an einer großen Talsperre im Winter. Zander angeln im Unterwegsformat, das heißt ich bin mit der Handkamera so unterwegs und begleite den Angeltag. Bin da mit einem Kollegen unterwegs mit seinem Bötchen hier und was wir jetzt so anstellen, was wir so erleben über den Angeltag und wie wir das hier anstellen und hoffentlich zum Zander finden in den nächsten Minuten. Ich habe gar nicht viel mit, mein Tackle Container, da ist alles drin was man so braucht, meine Rüdchen, Kamera für schicke Fotos und was ich noch so mache und aktuell ist nur E-Motor erlaubt hier im Winter, kein Verbrenner, das aber auch cool, kommen wir mit klar. Es sind auch schon andere Angler da, die fleißig dem Zander nachstellen und viele werden es erkennen das Gewässer. Mal gucken wie es heute knetig zu uns ist. Mal generell zur Situation, das Wasser steigt durch Niederschläge und ist drüber geworden, angetrübt. Das bedeutet die Zander haben auch ihre Standplätze verändert. Im klareren Wasser, gerade im Winter, stehen sie tiefer als wenn das Wasser sich eingetrübt hat. Das heißt ich muss wieder andere Plätze suchen. Als der Pegel noch niedriger war, haben bestimmte Plätze funktioniert, wo die Wohlfühltiefe, die ein bisschen tiefer lag, auf bestimmten Strukturen lag. Jetzt ist das gestiegen und drüber geworden. Das heißt jetzt sind andere Plätze, andere Strukturen spannend. Deswegen gibt es also keine Zanderstellen in dem Sinne, die immer funktionieren und produktiv sind, sondern immer nach der aktuellen Gegebenheit ändern sich die produktiven Bereiche. Deswegen muss man dem Zander immer so ein bisschen hinterher angeln. Und gerade an Talsperren ist das so der Klassiker. Lass gleiten. Ich halte bloß die Kamera. Das brauche ich auch nicht mehr anpacken. Wenn ich anfasse, ist es wie wenn zwei loslassen. Auf jeden Fall ist das cool. Das hat was Wildes. Das hier kann man auch gleich parken. Machen auch alle. Das hat was Schwedisches, dass man einfach hier slipt und hier hinstellt. Finde ich cool. Volle Kraft voraus. Gib alles. Gib alles Junge. Ein gutes Teil. Bringt uns auch zum Sport. Man muss halt hier auf dem Riesenwasser eben erstmal sich einen Plan machen, wo man überhaupt angeln will. Weil das ist für so eine Wurfbahn und für so einen kleinen Köder, den man im Wasser hat. Ganz schön viel Wasser. Waffen sind bekannt. Vielleicht fische ich auch mal hier mit dem Schraubkopf am Genickdreling. Gewurfen ist das nämlich eine coole Sache. Und auch hier mit dem Zanderhagen ganz normal. Der beste Köder nützt dir nur was, wenn du am richtigen Platz stehst und den auch so führst gerade, wie die Zander drauf sind. Wir haben ja sehr sehr viel Wasser für wenig Köder in dem Sinne. Du musst halt schon gucken, zu der passenden Tiefenlinie. Ich würde sagen, so acht Meter wird ganz gut sein. Aktuell bei der Trübung. Weil es trüber geworden ist, dann kommt die Zander ein bisschen flacher. Und du siehst ja hier schon allein anhand der Uferlinie, wo eine Art Nase, Landzunge ist und die setzt sich unter Wasser fort. Und dann kann man sich einen Punkt suchen und den dann fischen draußen. Oder eben die Seite nehmen. Oder der Klassiker halt, wie man Tarsperenangeln halt dann angeht. Und einmal aufstöbern die Fische, eine Beißphase treffen. Im Winter meistens mittags. Und dann hat man das. Und hier ist volle Kraft voraus. Reicht aber, ne? Natürlich. Reicht, weil man kommt damit ja zum Spot. Angekommen und immer schön parallel zum Ufer. Weil ich will ja auf der Tiefenlinie die Köder Laufen haben, auf denen ich die Fische auch vermute. Und ich werfe jetzt nicht aufs Flache rauf und eine Angel runter oder ins Tiefe runter und eine Angel hoch, sondern immer schön parallel lang. Mal gucken, ob da hier einer... Hangelt uns mal so ein bisschen lang hier. Und gucken mal so bei um die Acht Meter. Laut Lot, ne? Acht Meter stehen wir ungefähr. Genau treffe ich es nicht immer, aber das ist halt immer schön parallel auf der gewünschten Wohlfühltiefe der Zander läuft. Gewünscht, dass der Köder da bleibt. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die Zander da sind. Ach, schön. Fisch on. Beim Werfen. Geiser. So, kriegen wir das hin. Auf die Genick-Drilling-Montage. Einfach wild. 10 Gramm Kopf ist das, Schraubkopf. Und sitzt. Habe ich mal unter dem Video verlinkt hier, wo man die genau kriegt jetzt. Und... Schön am Kentchen entlang. Kantenfuß gefischt. Und keine 10 Meter tief, ne? Also die 8, 9, das haut schon hin. Also ab 10 Meter sollte man auch Zander nicht mehr so angeln, ne? Deswegen, solange sie so relativ flach stehen, kann man so gut befischen und ohne dass sie Schaden nehmen. Und was ich hier habe, ist Stahl. Talsperre, Hechte. Da habe ich immer ein dünnes Stahl unten dran. Zwischen Stahl und Geflecht immer noch Fluocarbon. So 37er, 35er Stärke. Und das ist eigentlich ganz probat, ne? Einmal 7 Stahl hier. So. Da stört sich Zander absolut nicht dran. Höchstens der Angler, ne? Wickelt schön ab. Am Wümmchen. Hier runter. Kante lang. Und das ist schon ein geiler Ausblick. Geiles Panorama hier. Weil immer ein bisschen Licht durchscheint und so. Was war denn los? Tja, was war denn los? Wenn man zu langsam ist, kommt sowas raus. Boah, schön aufgerissen, ne? Ja. Jo. Sieht man, ne? Boah, ei, 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 ei. Immer abgerutscht. Setzen 6. Ne, wer abrutscht, darf nochmal. Immer schön parallel zur Struktur angeln. Ne, ich will ja quasi auf der tiefen Linie bleiben mit dem Köder die ganze Zeit. Deswegen angle ich auch parallel zur Kante und angle nicht aufs Ufer drauf, ne? Hänger! Das ist halt fies, ne? Unsauberer Grund mit Holz. Und da der Drilling. Ob ich den wieder rauskriege? Ich fahr mal gegen und zieh mal von der anderen Seite wieder raus. Wo ist er? Weg ist er. Das ist natürlich bitter, weil man bei so einer Montage das dann verliert, ne? Weil das ganz schönes Gepumpel ist, das zu bauen. Aber mein Stahl... Mein Stahl ist noch dran. Das ist nur der Einhänger und weg. Ange, ich halte mit dem Jacob weiter. Ich hab ja hier genug. Ich hab ja hier genug Zeug. Nehmen wir den. Aber ich hab noch ein paar Schraubkopfmontagen. So ist es nicht. Aber wenn ich unsauberen Grund hab, ey, komm Leute. Muss nicht sein, ne? Nimm ich den. Der ist ein bisschen hängerfreundlicher tatsächlich. Gibt ja keinen Vorteil ohne Nachteil. Ein Bärschinger hat sich den Zwölfer geholt. Im Regen. Danny, Fisch? Barschrakete. Barschrakete. Kann man sogar grad noch rausheben, ne? Wir haben die Bärschinger am Wickel. Sind sie nicht süß? Herrlich. Pädri! So, was hat der Hähnel heute zu essen mit? Porridge. Ein Porritke. Ist gesund und macht satt. Hier wandert der Tee in die Kanne. Kein Glühwein heute. Kein Glühwein. Das brauchen wir an, wenn es kalt ist im Winter. Muss man ein bisschen gut unterwegs sein mit Trinken und Essen. Fisch on! Kann ich kechern, aber... Ja, mach ich auch. Träger Winterzander. Hat es doch noch geklappt. War es erstmal nach dem Barschen C, war nichts mehr. Deswegen muss er einfach weiter angeln. Strategie vertrauen, dann kommt der nächste irgendwann. Ach, schön. Boing. Hallo. Dunkel ist er. Das haben die manchmal in Talsperren. Es gibt auch im Winter schwarze Zander. Hat mit einem Laich irgendeiner Zeit, dass es ein Milchner ist, nichts zu tun. Das ist einfach dieses dunkler Untergrund. Da irgendwo, wenn er da steht, ist er auch dunkel gefärbt. Das hast du oft in solchen Talsperren-Geschichten. Yes. Geil, 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 geil. Auf und abend, werden sie doch immer noch mal aktiv. Ist das geil. Und dann sogar noch mal ein, zwei Meter flacher gefahren. Weil sie abends ja immer so ein bisschen hochkommen. Alter, der ist... Genau das, was wir wollen. Oder, Danny? Ja. Den wollten wir doch. Der ist extrem dunkel gefärbt, ne. Ist ein Talsperren oft der Fall. Auch im Winter sogar. Letzter Fisch, glaube ich. Wir fahren gleich rein. Wird eh grad dämmerig. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn du magst. Und bis dahin, dickes Petri. Und wenn es zuckt, zurückzucken. Gar nicht viel. Was mir noch einfällt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich Talsperre mal vom Ufer aus beangeln soll. Weil ich sehe nämlich die Ufer hier. Das sieht ganz gut aus. Man kommt da überall ran. Ich habe das auch schon mal gemacht. Und war echt erstaunt, dass das gut funktioniert. Nur Boot ist halt wesentlich komfortabler. Ganz einfach, ne. Weil man vom Ufer aus nicht überall gut ran kommt. Aber. Wenn euch das interessiert. Schreibt mal in die Kommentare. Und dann mache ich das mal. Und dann lasse ich oben mal so einen Counter mitzählen. Wie viele Köder habe ich abgerissen. Wie viele Pisse habe ich gehabt. Wie viele Fische gefangen. Seht ihr aber dann. Obwohl wir meistens nicht alle Fische zeigen, die wir an so einem Drehtag fangen. Sonst wird es nämlich zu lang. In dem Sinne. Ich habe gerade die Überlegung gehabt. Hier vom Ufer aus finde ich auch sehr sexy. Finde ich immer cool sowas. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Fisch bei Danny. Also so ein Biss von so einem Spritzer. Schön getockt, wa? Ja, aber voll. Na, abends werden sie halt ein bisschen munter, ne. Das ist doch cool. Aber lang machen wir nicht mehr. Turi. Petri Dank. Auch die Hände jetzt mit Zander Duft versehen. Zum Glück. Und guck. Weg ist er. Und wir haben die kleineren echt gerade hier am Wickel beim Werfen. Aber echt ganz ganz knappe Kiste. Dass der nicht ausgestiegen ist. Aber da gehen auch noch bessere. Gerade jetzt, wenn es langsam schummrig wird. Also. Mal gucken. Vielleicht haben wir noch das Glück des Tüchtücken, dass noch ein guter geht. Aber wir sind auch schon mega zufrieden. Es tockt. Wir haben die Fische gefunden. Einen schönen Angeltag gehabt. Was willst du mehr? Ja.